Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es ein Video mit ganz vielen neuen Drogerie-Produkten. Einen Teil davon habe ich bei dm & Müller gekauft, also direkt in der Drogerie. Einen Teil davon aber auch bei Purish bestellt und bei Beauty Bay. Die Produkte sind vom Preis her aber alle so im Drogerie-Preissegment und eigentlich relativ einfach für uns alle zu bekommen. Genau, da es fast ein Full Face ist, labere ich jetzt auch gar nicht lange um und wir starten gleich. Dann starte ich auch gleich mal mit Foundation und zwar ist das die Milani's Green Queen Foundation. Die habe ich bei Beauty Bay geshoppt. Als Farbe habe ich die 110, die Farbe Cool Porzellan. Und zwar soll die Foundation einen Luminous Natural Skin Finish haben. Dann soll sie eine aufbaubare Deckkraft haben von Light to Medium und die Foundation kostet 17,75. Von der Foundation muss ich ehrlich sagen, habe ich noch nicht so viel gehört. Deshalb dachte ich mir, wäre das eigentlich mal was Gutes so zum Austesten. Es ist auf jeden Fall ein Glasfläschchen und ich finde, die Foundation sieht sehr, sehr hochwertig aus. Jetzt schütteln wir sie mal und dann bin ich mal sehr gespannt, wie die so auf meiner Haut ist. Vor allem auch, ob die Farbe passt. Womit ich eigentlich immer relativ Glück habe, weil die hellste Farbe, was diese hier auch ist, meistens bei mir passt. Sie riecht so ein bisschen wie die Wet and Wild Photofocus Foundation, die ich ja sehr, sehr gerne mag. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie die sich so einarbeiten lässt. Also von der Farbe her, denke ich, passt sie ganz gut. Was die Deckkraft angeht, sieht man aber fast noch gar nichts. Deshalb gebe ich mir mal überall noch mal ein bisschen was drauf. Das ist noch ein bisschen wenig, finde ich. Aber es steht ja auch drauf, buildable light to medium. Deshalb geben wir die Hoffnung mal noch nicht auf und bauen sie einfach ein bisschen auf. Und von der Farbe her passt sie aber auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also da habe ich mit meiner hellen Haut immer Glück, dass meistens auch wirklich die hellste Foundation passt. Okay, ich habe die Foundation jetzt noch ein bisschen länger mal eingearbeitet. Von der Farbe her passt sie mir auf jeden Fall sehr gut. Von der Deckkraft her muss ich sagen, also ich habe auf den Wangen jetzt schon drei Schichten drauf. Und ich finde, es kommen die Rötungen trotzdem immer noch durch, genauso wie der schöne Ausschlag unter meiner Nase. Also von der Deckkraft her ist sie mir einfach zu wenig. Das ist für mich keine Medium Deckkraft, muss ich ehrlich sagen. Sie gibt ein schönes, natürliches Finish, Skin-like, so wie sie auch sagt. Also das hält sie. Es ist auch eine leichte Deckkraft. Wenn ich jetzt wahrscheinlich noch zwei Schichten mehr drauf machen würde, hätte ich auch eine Medium Deckkraft. Aber wie viel Foundation will man sich dann bitte ins Gesicht klatschen? Also ja, wer was Natürliches sucht, der ist, glaube ich, damit ganz gut beraten. Also sie hat sich schön in meine Haut einblenden lassen, auf jeden Fall. Die Farbe gefällt mir auch gut, wie schon gesagt. Jetzt ist 17,75 nicht so günstig. Das heißt, ihr bekommt in der Drogerie auch auf jeden Fall günstigere Foundations, die, finde ich, genauso gut performen. Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass man da diese braucht. Was ich auch noch auf dem Fläschchen jetzt gelesen habe, sie soll einen Digital Blue Light Filter haben. Was es jetzt genau damit auf sich hat, das weiß ich nicht. Aber falls es euch interessiert, könnt ihr das ja mal recherchieren und mir gerne in die Kommentare schreiben. Das würde mich nämlich auch auf jeden Fall interessieren. Ja, also die Foundation ist in Ordnung. Ich werde sie auch weiterhin benutzen, ganz klar, weil ich habe mein Geld dafür ausgegeben. Und so finde ich sie eigentlich auch ganz schön für den Alltag. Aber sie ist jetzt keine hundertprozentige Empfehlung von mir für euch. Als nächstes mache ich weiter mit einem neuen Concealer. Das ist der hier. Der ist von Revolution Pro. Und zwar ist das der Ultimate Radiant Under Eye Concealer, in dem Niancinamid, Vitamin C und Hyaluronsäure enthalten sind. Das heißt, es ist ein sehr, sehr feuchtigkeitsspendender Concealer. Und er kostet 8,75 und ich habe die Farbe C1. Ich bin sehr gespannt, wie der sich unter meinem Auge verhält. Weil von den Inhaltsstoffen her ist er ja doch sehr, sehr feuchtigkeitsspendend. Also dürfte meine Unteraugenpartie danach eigentlich nicht trocken oder so aussehen. Ja, vom Packaging erinnert er mich sehr an den Fit Me Concealer oder auch an den Nars Radiant Creamy Concealer. Und auch vom Köpfchen her. Jetzt nehmen wir den mal und ich bin sehr gespannt, wie der sich so unter meinem Auge verhält. Wie gesagt, die Farbe ist C1. Das war auch mit die hellste Farbe, die ich gefunden habe. Und auch den habe ich bei Beauty Bay bestellt. Ich muss sagen, dass man gerade von Revolution Produkten, sei es jetzt Makeup Revolution oder Revolution Pro oder was weiß ich, es da alles für Untermarken gibt. Ich finde, von den neuen Produkten kriegt man immer relativ wenig mit. Also bei Trendmood taucht da nicht viel auf. Und wenn man nicht wirklich öfters mal auf die Homepage geht oder auch bei Beauty Bay zum Beispiel schaut, dann erfährt man von vielen neuen Produkten, finde ich, gar nichts. Also irgendwie schade, muss ich sagen. Weil die Produkte eigentlich immer ganz gut performen bis jetzt bei mir. So, das sieht auf jeden Fall schon sehr, sehr gut aus. Also von der Farbe her passt es auf jeden Fall. Also es ist genau meine Hautfarbe. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er unbedingt sehr doll aufgehellt hat. Aber das brauche ich bei meiner hellen Haut auch nicht. Wichtig ist nur immer, dass der Concealer nicht dunkler ist als meine Haut. Das mir auch schon oft passiert ist bei der hellsten Farbe. Aber so, wenn ich jetzt in meinen Spiegel schaue oder auch in die Kamera, finde ich, sieht er gut aus. Ja, also sehr frisch. Und er fühlt sich auch total kühlend unter meinem Auge an. Also wahnsinnig angenehm. Hat sich toll verblenden lassen. Ich habe jetzt keinen großen Eigengeruch irgendwie wahrgenommen. Gefällt mir auf den ersten Blick auf jeden Fall ganz gut. Ich würde jetzt mein Gesicht und auch den Concealer mal direkt abpudern mit meinen Lieblingsprodukten, um mal zu schauen, wie die Foundation und auch der Concealer sich eben damit verhalten. Und dann mache ich mir auch gleich noch die Augenbrauen, denn da habe ich kein neues Produkt gefunden. Und wir sehen uns gleich wieder, um die anderen Base-Produkte noch auszutesten. Okay, also mit dem Puder, muss ich sagen, hat sich der Concealer auch wunderschön unter meinem Auge verhalten. Seht ihr das? Also ich glaube, so eine schöne Unteraugenpartie hatte ich schon lange nicht mehr. Also der Concealer ist 0,0 in die Fällchen gekrochen. Und ich habe jetzt schon ein bisschen länger dann auch gebraucht, um die Augenbrauen zu machen und mein ganzes Gesicht zu setten und der Concealer sitzt wunderschön unter meinen Augen. Also wow, ich bin wirklich, wirklich sehr positiv begeistert. Ja, also der Concealer ist eine absolute Empfehlung von mir. Und dann machen wir auch gleich weiter mit dem Bronzer. Da habe ich einen von Beauty Bay gekauft. Das ist die Farbe Donut. Beauty Bay hat ja neue Bronzer und auch Blushes rausgebracht. Die Blushes testen wir gleich auch noch. Und der Bronzer kostet 7 Euro. Ich finde, dass die Beauty Bay Marke bis jetzt immer sehr, sehr gut performt hat. Also ein Highlight habe ich ja schon getestet. Die Lidschattenpaletten habe ich schon einige getestet. Und ich muss sagen, dass ich immer sehr, sehr begeistert von der Marke war. Die Preise sind, wie ja schon am Anfang gesagt, eben im Drugstore-Segment. Und von der Performance her, finde ich, hat immer alles super funktioniert. Also bis jetzt konnte ich mich nie über die Beauty Bay Produkte beklagen. Jetzt schauen wir mal, was der Bronzer so kann. Also er ist von der Farbe her schon mal schön. Ich habe die zweithellste Farbe genommen. Genau, Sina, die zweithellste Farbe genommen. Und da habe ich nicht die hellste genommen, weil die hellste eben einen sehr warmen Unterton hatte. Und Donut, die Farbe hat eben einen kühleren Unterton. Genau. Performt aber so ganz gut, finde ich. Also man hat nicht direkt wahnsinnig viel Farbe auf dem Gesicht. Aber er lässt sich auf jeden Fall aufbauen und wunderschön verblenden. Also ich bin begeistert. Für sieben Euro echt nicht schlecht. Klar fühlt die Verpackung sich wahnsinnig billig an. Also das ist so ein richtiges leichtes Plastik. Damit könnt ihr bestimmt was anfangen, wenn ich das sage. Aber solange das Produkt innen drin gut ist und der Preis trotzdem stimmt, sieben Euro für einen Bronzer sind in Ordnung, finde ich, ist es ein gutes Produkt. Und auch so sieht er wirklich schön aus. Also falls ihr mal was von der Beauty Bay Marke ausprobieren wollt, den Bronzer finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Okidoki. Wie ja schon gesagt, habe ich auch die Blushs von Beauty Bay gekauft. Und zwar habe ich zwei Stück mehr ausgesucht. Einmal die Farbe Bitten. Das ist so ein dunkleres. Pink, Rot. Ja, es geht eher in die pink Richtung. Ein dunkles Pink. Und die Farbe Peachy. Wie könnte es auch anders sein? Ein peachiges Blush. Und ich würde auch den hier nehmen, weil der einfach besser zum Look nachher passt. Die Blushs kosten übrigens auch sieben Euro. Und ich bin sehr gespannt, wie der jetzt performt. Also wie gesagt, den Bronzer fand ich ja schon sehr, sehr schön. Und hoffentlich den Blush auch. Aber so auf den ersten Blick eine sehr gute Farbabgabe, muss ich sagen. Also ich bin ja nur ganz kurz immer rein. Aber eine sehr, sehr schöne Farbabgabe. Und jetzt nicht zu heftig pigmentiert. Was ja bei Face-Produkten immer sehr, sehr, also viel besser für mich ist, finde ich. Weil lieber baue ich es auf, als dass ich dann nachher gleich so ein Clowns-Gesicht habe. Also wirklich schön, doch. Also ich meine, ein Peachy Blush gefällt mir so oder so immer gut. Aber ja, doch. Also sieht wirklich toll aus. Also hat sich schön verblenden lassen. Hier oben noch ein bisschen. Und von der Farbe her natürlich genau meins. Also auch den Blush finde ich sehr, sehr gut. Kommen wir zu Highlighter. Da habe ich mir einen von Elf ausgesucht. Und zwar ist das die Farbe White Gold. Und der kostet 6,99 Euro. Also knapp sieben Euro. Ja. Sehr cooler Print drauf. Und ich bin gespannt. Ich habe bis jetzt nur Gutes von dem Highlighter von Elf gehört. Bin wirklich sehr gespannt, wie der so funktioniert. Bis jetzt ist er noch nicht so blinding. Also ich gehe schon ziemlich doll rein mit meinem Pinsel. Und dafür finde ich es schwach. Also er ist, es ist ein sehr natürlicher Highlighter. Ihr seht aber auch, dass ich ihn aufbauen kann. Ja. Also wer es natürlich mag, für den ist der bestimmt was. Aber ich muss sagen, ich mag es schon, wenn es so, ja wenn es Wumms macht. Also wenn man es richtig sieht. Wie gesagt, hier sind jetzt drei oder vier Schichten drauf. Und ich bin echt ziemlich doll mit meinem Pinsel in den Highlighter rein. Er ist sehr schön. Also ein schön natürlicher Glow. Aber wer wirklich ein Blinding-Highlight möchte, Ich glaube, für den ist das zu anstrengend. Also wenn ihr drei, vier Mal rein müsst, um das hinzubekommen, was ihr gerne hättet bei einem Highlighter. Ja. Da gibt es einfach bessere. Auch die trotzdem in dem Preissegment liegen, die aber schöner performen. Wie gesagt, für ein Natural Highlight finde ich den sehr schön. Der passt auch sehr gut zu mir von der Farbe her. Was mir auch sehr, sehr gut gefällt. Aber ist jetzt keine Empfehlung von mir. Also da gibt es auf jeden Fall bessere. Dann kommen wir mal zu einer neuen Palette aus der Essence Theke. Und zwar ist das die Konichiwa Tokyo Palette. Die sieht so aus. Auch eine sehr, sehr schöne Palette. Eher neutral gehalten. Aber mit so in die wärmere Richtung. Mit einem schönen Pop of Color. Und ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall was mit dem bläulichen Ton. Und anfangen würde ich aber mit diesem Ton und mir den mal in die Lidfalte geben. Ich habe bis jetzt auch noch keine von diesen Städte-Paletten von Essence ausprobiert. Habe aber bis jetzt nur Gutes darüber gehört. Also die werden ja immer ziemlich gelobt, die anderen Paletten davon. Ich glaube, die bekannteste ist die Berlin Palette. Die ja so als Dupe für die eine Hatice Schmidt Palette gehandelt wurde. Und ich habe mir damals auch Videos dazu angeschaut. Und die hat wirklich super performt. Also ich bin gespannt, ob die hier auch so gut ist. Aber so vom ersten Eindruck jetzt. Also der Ton ist ganz gut pigmentiert, muss ich sagen. Und auch butterweich. Also ich bin sehr gespannt, wie die Pigmentierung der anderen Töne ist. Und ob die sich natürlich auch gut ineinander verblenden lassen. So, den baue ich jetzt noch ein bisschen auf, den Ton. Und dann sehen wir uns gleich wieder für den nächsten Ton. Okay, also der ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und ich würde jetzt auch nicht so einen aufwendigen Look machen, weil sonst wird das Video ewig lang. Wir haben noch ein paar Produkte zum Austesten. Und zwar würde ich als nächstes in den hier und den gemischt gehen. Und den auch noch so ein bisschen mit in die Lidfalte geben. Dafür nehmen wir aber einen etwas kleineren Pinsel. Und die zwei Töne mischen wir einfach nur, um hier auch nochmal so ein bisschen abzudunkeln. Und das geben wir aber noch mit in die Lidfalte rein. Ja, also die sind auch gut pigmentiert und lassen sich eigentlich auch sehr, sehr schön mit einblenden, muss ich sagen. Doch, gefällt mir gut. Also könnte man fast auch schon so lassen. Einen von den beiden Schimmertönen drauf und ihr habt einen tollen neutralen Look. Machen wir aber natürlich nicht, weil ich möchte auf jeden Fall den hier benutzen. Auf den bin ich schon sehr gespannt. Ja, als erstes würde ich aber noch den dunkelbraunen Ton wieder mischen mit dem helleren Braun. Und das machen wir uns noch an den unteren Wimpernkranz ein bisschen. Dafür nehme ich mir mal hier den Spiegel von der Palette. Wundert euch bitte nicht über mein komisch gezogenes Gesicht. Deshalb mache ich das meistens off-camera. Genau wie Wimperntusche. Weil man da ja, oder nicht man, aber ich gucke total komisch. Kennt ihr dieses Wimperntusche-Gesicht? Also schrecklich. So, top. Das hat sich schön nach unten verblenden lassen. Und jetzt gehen wir in den blauen Ton. Wow. Und den geben wir uns auf das ganze bewegliche Lid. Wow. Okay. Der ist super pigmentiert. Also bombastisch. Ich glaube, ich habe auch gar nicht gesagt, was die Palette kostet. Die kostet 6,99 Euro. Also vom Preis her wirklich sehr schön. Für das, dass sie neun Lidschatten hat, sieben Euro knapp. Und die Lidschatten performen wirklich toll. Also die Mattentöne haben sich wahnsinnig schön ausblenden lassen. Sind auch gut pigmentiert. Lassen sich aber auch noch mehr aufbauen. Also wenn ihr einen soften Look habt, bekommt ihr das mit der Palette super hin. Ihr kriegt aber auch was Knalliges sozusagen damit hin. Und der Schimmerton, der blaue, ich meine, schaut euch das mal an. Also wirklich, wirklich toll. Also, ja, eine absolute Empfehlung von mir. Ich glaube, ich werde mir die anderen City Paletten dann doch nochmal anschauen müssen. Weil von der Qualität her fand ich die jetzt echt sehr schön. Und dieses schimmernde Blau, also das ist einfach ein Hingucker. Wirklich toll. Doch. Und passend zu diesem pastelligen Schimmerblau habe ich mir von Beauty Bay auch noch so ein Eyeliner-Trio mitgenommen. Die haben 14,90 Euro gekostet. Und da gab es zwei verschiedene, meine ich. Und ich habe mir das Set mitgenommen. Da ist zum einen wie so ein hellblau drinnen. Dann habt ihr ein mintgrün. Und ein richtiges lila. Die fand ich sehr schön, bin auch sehr gespannt und würde den Blauton nehmen. Und ich bin wirklich gespannt, wie gut die pigmentiert sind. Doch. Ja. Das mache ich jetzt aber kurz off-camera, weil ich muss euch nicht zeigen, wie ich mir da ins Auge das Ding reinmal. Und wir sehen uns dann gleich wieder. So, da bin ich wieder. Also erstmal zu den Eyelinern. Kajals, sorry. Den finde ich sehr gut, wie ihr seht. Also ist der auch super pigmentiert gewesen. Hat sich toll auftragen lassen. Und macht irgendwie nochmal so das gewisse Extra zu dem Look. Falls ihr also schöne Kajalstifte sucht. In Pastellfarben zum Beispiel. Oder es gibt auch ganz viele andere Farben noch von Beauty Bay von der Eigenmarke. Da gibt es auch metallische Eyeliner. Also falls ihr welche sucht, kann ich euch die auf jeden Fall nur empfehlen. Also sehr, sehr schönes Produkt. Mascara habe ich mir auch gleich drauf gemacht. Und zwar die Air Volume Mega Mascara von L'Oreal. Von der habt ihr bestimmt auch schon einiges gehört. Die findet ihr ganz einfach im DM-Markt. Kostet 12,95€. Und ich muss sagen, ich bin begeistert. Also, ich meine, schaut euch meine Wimpern an. Ja, ich habe eh schon große Wimpern oder lange Wimpern. Aber sie trennt die Wimpern so schön und gibt dem Ganzen nochmal so ein tolles Volumen. Also ich bin wirklich begeistert. Ich war anfangs ein bisschen skeptisch, weil das Bürstchen schon sehr, sehr groß ist. Aber es hat super funktioniert. Also von der Mascara bin ich auch sehr begeistert. Also wer eine neue Mascara aus der Drogerie sucht, die kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Also tolles Produkt, wirklich. Zu guter Letzt kommen wir dann noch zu zwei Lippenprodukten. Und zwar sind die von Dominic Cosmetics. Zum einen habe ich mir da einen Lip Liner bestellt. Das ist beides von Purish im Übrigen. Der Lip Liner kostet 17,90€ und der Lippenstift 19,90€. Also relativ teuer, finde ich. Gerade für einen Lip Liner. Ähm, ja. Hier habe ich mir die Farbe Crush bestellt. Und im Lippenstift die Farbe Pretty Natural. Das ist einmal Pretty Natural. Und das ist die Farbe des Lip Liners. Gehören an sich so nicht zusammen. Aber mich haben beide Farben angesprochen. Und ich finde, so dick und groß wie der Lip Liner ist, kann man den an sich eben auch als normalen Lippenstift benutzen. Wir nutzen, oder ich nutze heute aber die Farbe Pretty Natural. Und bin schon gespannt. Also, das war online auch die Farbe, die mich am meisten angesprochen hat. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, so neutrale Lippenfarben online zu kaufen, weil es da halt auch viel auf die Untertöne einfach drauf ankommt. Und der sah relativ kühl, stichig aus, weil so Warmtöne kann ich nicht so gut tragen. Und wirkt jetzt aber auf den Lippen relativ warm. Also geht schon fast in so einen Orange Nude so ein bisschen rein. Und das steht mir immer nicht so gut. Also, ja, hat sich schön auftragen lassen. Hat jetzt auch keinen so tollen Eigengeschmack. Also ist sehr angenehm auf der Lippe auf jeden Fall. Aber die Farbe gefällt mir nicht so gut. Also hat online ein bisschen anders ausgesehen, wie jetzt so bei mir. Es sieht nicht schlecht aus, aber es ist jetzt auch nicht so mein Lieblings-Nude-Ton. Also ich mag das lieber, wenn er so ein bisschen kühlerstichig ist. Und 20 Euro für einen Lippenstift ist jetzt auch nicht so günstig. Also ich glaube, da bleibe ich lieber bei der Drogerie, wo ich dann zum Beispiel auch swatchen kann. Und schauen kann, sind es genau die Untertöne, die ich gerne mag. Das ist online immer so ein bisschen schwierig. Ja, also ich würde euch den auf jeden Fall nicht weiterempfehlen. Weil 20 Euro finde ich schon teuer. Er ist nicht schlecht auf den Lippen, aber es ist auch nicht so, dass ihr den unbedingt haben müsstet. Und dann hoffe ich, euch hat mein Video gefallen. Ich hoffe, es waren ein paar Produkte dabei, zu denen ich euch ein bisschen was sagen konnte. Euch vielleicht inspirieren konnte, sie euch auch mal näher anzuschauen. Gerade die Produkte von der Beauty Bay Eigenmarke, finde ich, sind immer sehr, sehr schön. Und über die wird auch leider gar nicht so viel gesprochen. Und auch die Essenspalette war ein absoluter Knaller. Also ich glaube, ich muss die nächsten Tage nochmal zu dm und mir mal die anderen anschauen. Ja, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir was in die Kommentare. Abonniert mich, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss!